Bist du eigentlich schon einmal an einer automatisierten Betriebssysteminstallation gescheitert? Dann habe ich genau das Richtige für dich. OS-Install oder OS-Cloning? Mit OS-Install und OS-Cloning versorgst du deine Rechner in kürzester Zeit mit einer frischen Windows-Version, ohne komplexe Skripte und exakt nach deinen Wünschen. Du sparst dir Zeit und vermeidest langwierige Diagnosen und Reparaturen. Es gibt auch echt spannendere Aufgaben. Auch komplexe Systeme lassen sich schnell und individuell mit den passenden Betriebssystemen versorgen. Du erledigst alle Arbeitsschritte automatisiert in einem Durchgang, ohne Eingriffe von Administratoren oder Anwendern zu benötigen. Was will man hier eigentlich noch mehr? Baramundi OS-Install und OS-Cloning installieren Betriebssysteme wie von Hand über den Original-Installationsmechanismus. Mit einem komfortablen Wizard konfigurierst du die Windows-Images so, dass sie deinen jeweiligen Unternehmensvorgaben entsprechen. Und dank integrierter In-Place-Upgrades-Funktion bleiben die Betriebssysteme stets auf dem neuesten Stand. Die Module beinhalten noch das Customization-Tool. Hast du Lust auf eine Quartana oder benötigst du irgendeine Bing-Suche? Da sind wir doch der gleichen Meinung. Nämlich nein. Mit dem Customization-Tool personalisierst du das jeweilige OS automatisch und hast dein Betriebssystem genau so, wie es für dein Unternehmen passt. Und was ist der Unterschied zwischen OS-Install und OS-Cloning? Baramundi OS-Install ist ideal für eine Windows-Migration über das Netzwerk. Baramundi OS-Cloning erstellt und verteilt ein hardwareunabhängiges Image eines Rechners auf beliebig vielen gleichartigen Systemen. Kassensysteme oder Schulungsrechner sind damit in wenigen Klicks neu aufgesetzt. Die Kloning-Informationen werden archiviert und stehen jederzeit für neue Installationen zur Verfügung. Besuch jetzt baramundi.com und entdecke, wie du deine IT-Prozesse optimieren kannst.